Hallihallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Greedfall. So, wir müssen jetzt hier herausfinden, was mit den Soldaten passiert ist, die er, also die der eine Offizier, der halt losgeschickt hat, weil er herausfinden sollte, was mit den Tieren los ist und ich bin falsch, ja. Es könnte sein, dass Daedre jetzt was damit zu tun hat, weil dann wäre es gleichzeitig natürlich auch unsere Schuld, weil wir haben sie ja gekrönt. Die Soldaten tracks lead to the North East, we should follow if you want to find them. Ich weiß nicht, dass die Fücher da ist. Ich weiß nicht, dass sie für die anderen wird. Es ist toll, sie hat den Fücher da ist. Ja. Was ist das? Mein Gott, komm! Das geht Ich muss hier noch ein bisschen sammeln. Für ein paar Tränke, die ich später noch brauen muss. Ihm einen Heiltrank geben, ihm von seinen Leiden erlösen. Einen Heiltrank geben. Er hat uns gesagt, dass du den origen von diesen Angriff hast. Und wir haben ihn gefunden. Wir folgen den Geistranken und es führt uns zu einer großen Glade, east of hier. Du findest die Reise von den Stöhnen, die von den Islandern gegründet wurden. Es gab ein Künstler da, ein Geistranken, so groß und so ferocious. Ich habe nie gesehen, wie es. Das ist das, was die Tiere haben. Wir wollten ihn töten, aber es kamen. Es kamen. All meine comrades kamen in der Kampf gegen ihn. Ich bin weg. Ich musste den Lieferanten informieren. Und du warst. Keine Angst. Wir werden es jetzt beherren. Die Spuren der Bestie führten uns in die Gegend Die Ketzer, die dort leben, müssen sie geschickt haben, uns anzugreifen Unsere Vermutung war falsch, die Tiere kamen nicht aus diesem Dorf Wir fanden weitere Spuren, die ins Herz der Insel führen Die Fährte führte weiter nach Osten, wo es mehr Kreaturen gibt und wir lauter Schreie hören können Dort muss die Quelle dieses Angriffs sein Wir haben eine gigantische Kreatur gesehen Sie ruft die anderen Bestie und schickt sie zu uns Sie ist für wahr ein Dämon, wir werden versuchen, sie zu beseitigen Okay Wollen wir mal jetzt hier lang gehen Huch Ah, das war Der Blitze Also das Hat die jetzt Oh, nicht so gewirkt Und die sind auch alle so stark No So Ich bin der Dara-Grimaderem-Dam. Move away! Things are about to get dicey! Ich bin der Dara-Grimaderem-Dam. Ich bin der Dara-Grimad. Ich bin der Dara-Grimaderem-Dam. Mein Gott, ey! Move away! Things are about to get dicey! We're running out of energy! Drink the patient! Help me! No! 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 Ich bin der Dara-Grimaderem-Dam! Your armor is broken! Well done! Close to it, Sir! Ich bin der Dara-Grimad! They broke your armor! Be careful! I can't do it! There's no armor! There's no armor! I can't do it! You're running out of energy, drink a potion! You are riding out of energy! Oh, I was a really less serious! Oh, broken, let's die! Mein Gott, ey! Ich komme hier gar nicht mehr weg. Was ist-? Ach, jetzt bin ich wieder zurückgereist. Das glaube ich ja jetzt nicht. Fängt an, mich schon wieder zu nerven hier. Ich bin schon wieder leicht genervt von dem Game. So. Ein, ein müsste noch am Leben sein. Rosa. Ich bin schon wieder. Ich bin schon wieder. Du hast doch eine Kiste versteckt. Das sieht nicht aus wie ein Monster. Natürlich gehe ich jetzt hier mal zurück und guck mal, was in der Kiste ist. Und hier haben wir noch ein Lagerfeuer. Sehr schön. Schon wieder so ein Vieh? Nein, ich habe keine Munition. Ich habe keine Ahnung. Oh nein, 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 nein! Wow. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Oh nein, 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 nein. Ja, ich weiß. Ihr musst durchhalten, mein gott. Was soll ich denn sagen? Haltet durch, Leute. Wow, voll in die Fresse. Nein! Nein! Oh wow! Oh wow oh! fuck man nein leck mich doch kann auch nicht sein was w 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 Ich weiß nicht, wo er ist. Er hat mich doch noch erwischt! Was?! Mit einem Schlag?! Oh, das gibt's doch nicht. Ich raste geradeaus. Das gibt's nicht. Aber wieso kann ich denn keine Fallen machen? Licht. Stas. Okay, ich versuch's einfach nochmal. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Ich bin dran! Ich bin dran! Ich bin dran! Was ist das, Rechnestir? Was ist das? Oh, hollah! Darauf schon mal der Kuro. Was ist das? Toll, jetzt kriegt den keiner von uns. Das mit der Stasis, das ist gar nicht mal so dumm. Ich kann jetzt gerade nicht. Ich kann nicht! Ja, kämpf doch, diese Idioten! Warum kämpfen die nicht? Oh my god, leck mich! Okay. Nein, ne, 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 ne! Boah, ich kann nicht mehr, Leute. Ja, ich kann auch nicht mehr, was soll ich denn machen? Nein, 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 nein. Nein, 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 das glaube ich nicht. Oh, ich raste gleich aus. Das ist schon so ein Grund, warum ich das Spiel abbrechen würde. Oh, fuck nein, ey, das gibt's nicht. Okay, ähm. Pass auf, ich weiß nicht, wie ich das jetzt machen soll. Es geht jetzt noch sieben Minuten. Ich würde es jetzt noch einmal versuchen und danach versuche ich es dann alleine und schalte dann einfach ein, wenn das Vieh besiegt ist, weil sonst... Ich raste hier gleich. Es ist gleich soweit. Ja, wir Oh. Ich versuch's mal mit Gift. Okay, er ist Vergiftet. Vergiftet ist keine Option. Ich versuch's. Things are about to get dicey! Du bist nicht so schnell. Geh, weg! Things are about to get dicey! Geh, weg! Geh, weg! Geh, weg! Gubzala! Gubzala! Ah, scheiße! Nein! Nein, 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 nein! Oh, das kann doch nicht sein. Warum? Erlädt mich doch! Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaah! 1 1 2 1 4, 5 1, 2, 3, 5 1 GO! Nein, nein, nein! Okay Ja! Das tut gut Oh! Cool Mhm Meine Güte, war das anstrengend Ich könnte auch hier runter Ach Ich kann doch zum Feuer gehen und reisen Boah, war das anstrengend, ey Meine Fresse, ne Ah, das hat mir richtig viel gekostet gerade Das hat mir wirklich viel gekostet Boah Wuh Meine Güte, okay, meine Lieben Ich muss jetzt sowieso Schluss machen Und sag dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal